Passt auf, da kommt ein roter mit Bogen, passt auf. Nein, nein, ich musste niesen und bin runtergefahren. Hallö hier meine Bros und Brodeans, herzlich willkommen zu Bad Wars, auf einer neuen Map mit unsichtbaren Begleitern. Hallo Herzog, René und Nesflo. Wir sind wieder auf 1.8, mein Freund. Oh ja. Ich bin wieder auf 1.8. Ihr seid, wir haben Goldspawner und Eisenspawner. Wir haben eine schöne Idee, vorher noch auf den Server zu gehen. Das war eine richtig bescheuerte Idee. Also ich hab nochmal neu gestartet. Was sind das hier für komische Zwischeninseln? Hä? So dumm? Hat jeder seine eigene? Eisenspawn bei uns und Gold auch. Was sind denn das für vier Inseln dann noch? Ja, wahrscheinlich immer noch Eisen. Nochmal extra Eisen? Vielleicht ist das ja das Gold. Ist das zwar ein bisschen komisch, aber... Na ja. Na ja, was produktives, Flo. Komm. Ach geil, hier kann man sich in den Bronzespawner stellen und gleichzeitig handeln. Richtig geil, Pfiffspartner. Gut mitgedacht, komm. Das war natürlich clever. Mir fällt mal gerade auf, dass es eigentlich nicht schlecht ist, ne? Dass zwei Leute auf einmal handeln können, ne? Ist ja normalerweise nicht so. Bei normalen Dorfbewohnern. Ja, das stimmt natürlich. Da hinten ist das Bett, okay. Wo ist das Eisen? Draußen? Äh, das Eisen ist auch draußen beim Gold. Eisen und Gold ist draußen. Gold? Wo ist das? Ach, hier hinten ist das Eisen, okay. Äh, ich werfe hier mal ein Gold hin, weil... Ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte. Okay. Komme. Ich eile auch so früh. Boah, Alter. Entweder der ist mega OP da. Ich bin schlecht. Oder der hackt. Oh Gott, jetzt sind ganz viele in der Mitte. Nee, da passe ich lieber. Ja, warte ab. Und staub dann ab. Staub. Jetzt sind zwei gelbe in der Mitte. Jetzt staub doch ab. Ja, okay, wir sind zu dritt jetzt da. Jetzt ist nur noch ein unbewaffneter. Der springt einfach in den Tod, okay. Nice, boah. Also haben wir die Mitte gerade, okay. Aber gelb wird jetzt quasi einen Bogen gleich besitzen. Oder wollen wir zu gelb gehen? Ja, lass schnell zu gelb. Blöcke, blöcke, blöcke. Okay, da ist aber gelb. Nicht, dass wir hier lang gehen. Hey, weil der gelbe gerade da rübergelaufen ist. Ja, ne? Danke. Der wollte da Schnitzel halt. Ach, nice. Schnitzel. Schnitzeljagd. Oh, Schnitzel. Irgendwann schießt doch hier mit dem Bogen, ne? Irgendwas ist komisch hier. Ihr müsst mal... Ja, geh mal weg da. Ja, ja. Ja, ja, ich habe Nuss-Welt-RP getötet. Ich sehe schon. Wow. Ich bin da, ich bin drüben. Bin ab drüben. Okay, okay, ich bin tot. Ihr schafft das aber. Okay, ihr Schnitzel. Ihr schafft das. Nice. Hab ihn. Oh, einer ist down. Down geschossen von irgendwoher. Wo ist eigentlich das Bett? Ey, das ist im Haus drinne. So ein bisschen... Nach rechts musst du laufen im Haus. Genau. Verwinkelt. Alles. Okay. Also ich werde abgeschossen. Ja, in der Mitte stehen die roten, glaube ich, mit Bogen. Ich brauche noch ein Gold, dann hätte ich auch einen Bogen. Hä, ist irgendwer in der Base von uns? Ja, ich. Okay. Wo ist das Bett? Hier lang? Ja, hier rum. Hier hinten. Ach, da. Ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Aber von hinten kommt man hier auch rein, oder was? Das ist ja gefährlich. Ja. Möchte ich behaupten. Mach mal die Tür dazu, bitte. Welche Tür? Na, da hinten. Den Hinterausgang. Achso, die auch zu machen. Ja, okay. Nice. Das wissen vielleicht die meisten gar noch nicht. Achso. Dass da hinten ein Ausgang ist. Achso. Ja, bestimmt nicht. Ich habe zwei Gold übrigens. Ich habe einen Bogen inzwischen. Okay. Okay. Ich kriege es mal hier hin. Kreni, wo bist du gerade? Mitte? Ich bin noch hinter gelben Base, weil ich traue mich da nicht rüber. Sind da noch welche in der Mitte mit Bogen? Aber ich habe ja auch einen Goldspawn, also kann ich mich da ausrüsten. Oh ja. Wir werden zu zweit. Wo bist du, Blocky? Hinter dir war ich. Wurdest du auch abgeschossen? Ich werde gerade abgeschossen. Hilfe! Ich brauche Essen. Hast du ihn geschafft? Nein. Ich stand genauso auf dem Weg wie du. Ja, aber ich bin nach vorne gejumpt die ganze Zeit. Du warst immer wieder vor mir gewesen. Hätte ich immer zurückgedingst. Ja, ja, genau. Ja, so konnte ich nicht weiter. Ja, dann muss er dich ja auch zurückgedingst haben. Nee, ich brauche immer schön hin zu sehen. Zurückgedingst. Ah, okay. Jetzt schießt er nämlich. Ich bin runtergefallen. Wieso hat er nicht gesneakt? Das war jetzt ein bisschen komisch. Nein, 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 nein. Gib mir das Gold. Okay. Jetzt wird zurückgedingst. Hier, warte. Ich habe Eisen für dich, falls du willst. Hm, danke. Falls sie das brauchen. Ja, schon irgendwie. Äh, soll ich noch ein bisschen Gold farmen, oder soll ich schon zurückkommen? Ja, der Rot ist nur, bitte. Du solltest zurückkommen, ne? Per Warpowder vielleicht einfach. Ja, habe ich ja. Das geht, ja. Ja, komm zurück. Mach das ruhig. Oh, Mist. Ich höre schon wieder nicht, das Warpowder, ne? Wurde das gefixt? Das kann sein, dass man es nicht mehr global hört. Das wäre richtig scheiße. Ihr habt keine Piste, ne? Nee. Aber man hört es, man hört es, man hat es noch nie richtig global gehört, hundertprozentig. Nee, das nicht. Aber man müsste es doch zumindest dahin hören, wo sich hingeportet wird, oder? Das wäre sehr schön, zumindest. So. Ich habe einen Bogen. Ab ihn einmal. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ab einen. Ah, nein! Ab den zweiten. Oh, ich habe die so krass angehütet schon. Ich komme auch in der Mitte. Ja, ja. Musst du nur noch ein, zwei Schläge. Oh Gott, noch einer. Da kommt der Gräer kommt. Zu uns? Nee, in der Mitte. So, ich dachte. Ah, fuck. Huh. Bin tot. Die haben immer noch einen Bogen. Was ist los? Wer denn jetzt schon immer noch? Wer? Keine Ahnung, ich wurde von irgendwo abgeschossen. Okay, ich habe dir ein Gold zugeschmissen. Warum auch immer. Ich weiß das nicht. Wenn du es nicht brauchst. Ja, mache ich. Oh, Mann. Komm weg hier. So, da haben wir wieder vier Gold für einen Bogen drin. Haps. 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 Haps, umschluss. Achtung, ja, aber die, noch nicht ganz, die schießen gerade. Ach so, grün ist da. Tänzle einfach ein bisschen rum. Tänzle ein bisschen rum, dann kommst du so rüber. Ist okay, ich bin da. Okay. Ich habe auch nochmal zwei Gold. Ich weiß halt nicht, was die da jetzt vorhaben. Au, Mensch. Hast du Steine, um ein bisschen Schutz zu bauen? Ja, schon. Ich habe Steine. Und da kommt dein Rotor. Ja. Ich zocke. Okay. Ach so, ist tot. Hat wer Essen? Hat wer Essen? Hier unten muss der Boden zu. Da können die durchschießen. Okay, gut. Wir müssen halt Rot auch im Auge behalten ein bisschen. Ja, und grün vor allem. Da sammeln sich jetzt drei, vier Leute. Ja, das stimmt. Die werden uns gleich sowas von niederreißen. So, ich habe sechs Gold. Hat irgendwie ein Warpfer oder? Ich habe zwei. Ich habe zwei, nee. Achtung, kommt einer. Aua, aua, aua. Hä? Boah, ey. Das ist von Rot hinten, glaube ich. Einer ist hier, einer ist hier. Runter. Runter. Oh, ich bin abgeschossen. Das ist Rot, pass auf. Rot dahinten, rot dahinten. Aua, 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 aua. Wer hat Blöcke? Okay, grün kommt wieder. Ich habe Blöcke. Blöcke schmeißt direkt dahinter. Blöcke, Blöcke, ah. Mann. Verdammt. Ach, Mann. Boat Spamming HD Dings. Du bist auch Trussblocki? Boat Spamming HD. Noch nicht. Ich habe ein Grün down. Also ich unterstütze dich mal mit meiner Faust. Wir können uns so gut wie zwei Bögen leisten. Also ich habe jetzt einen mehr gemacht und wir können uns, glaube ich, noch einen machen. Okay. Wenn du noch ein Gold hier auftreiben kannst, sollte ja machbar sein. Spawnt hier gleich sicher. Ja, eben. Hoppala. Los, los, los. Spawn, du scheiß Gold. Fluch, ich wäre ja sehr verbunden, wenn du dich nicht in den Bronze Spawner stellen könntest. Ich wollte ja ein bisschen, ein bisschen Bronze brauchte ich ja. Da war ja nichts mehr. Ich stehe ja nicht komplett da drin. Ja, ja, komm, erzähl doch keinen. Boah, halt. Erzähl mir doch nichts, Mann. So. So, Essen brauche ich noch. Ach, stimmt, Essen, ja. Geil. Zack, okay, sieben Steaks. Langt für mich. Oh ja, oh ja, oh ja, einen habe ich gut getroffen. Nice, 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 nice. Okay, ist das keiner in der Mitte? Ja, ja, ja. Aber sind die Grünen aber wieder? Nein, er trifft mich! Ha! Ha! Okay, Gold. So ein verpisster Affe. Ein Gold, ein Gold, ja? Rück, okay, umsonst. Mann! So ärgerlich. So ich abgeschossen werde. Aber ich glaube, das werde ich. Schießen von beiden Seiten, oder? Lauf, 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 lauf. Ja, ich lauf. Und tänzeln ein bisschen. Nicht immer nur vorlaufen, sondern auch manchmal zurück. Ich... Da wäre eh... Ich... Ja, egal. Ich bin zu Hause. Hast du Gold mitgebracht? Ja. Das ist ja schön. Das finde ich sehr gut. Ich würde mir gerne einen Abwehrbogen einfach mal in die Truhe legen. Wo wir sagen können, falls einer kommt in der Not. Ach, du bist da mit dem Bogenfight beschäftigt. Das ist sehr nice. Er stehst du schon wieder auf mich? Ja! Uh, ich habe es geschafft. Ich bin in der Mitte bei dir. Okay. So. Komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Jetzt läuft er weg. Okay, dann... Oder? Oder direkt drauf. Ach komm, direkt drauf. Wow! Nein! Nein! Ich dachte, der eine ist AFK, Alter. Uah! Gewagter Sprung. Ich bin wieder in der Mitte. Bin nicht neben, aber ich bin wieder in der Mitte. Okay. Also Essen, Blöcke und Spätshaken liegen die in der Truhe. Das ist ja schön. Aber... Oh, einer ist runtergesegelt. Oh, sehr schön. Mit Bogen. War ich nicht, der hat sich nur... Oh Gott. Sag doch, dass du hier bist. Letzten Fakt. Oh yeah! Wer noch? Hab ich ihn auch nochmal gehittet? Oh, nice. Ist es down. Ist es down. Die haben keine Bögen, glaube ich, mehr. Auf jeden Fall sind zwei mit Bögen runter. Doch, der hat noch einen Bogen. Glaube ich. Oder? Hat er gerade gezielt? Hab ich schon lecker... Äpfel geholt. Bau nicht einfach nur so, genau. Ey, Rot kommt zu uns, Leute. Äh, ja. Oh ja. Ich denk schon. Ich hab einen Bogen. Ja, sehr gut. Ich muss erstmal ein bisschen raggen. Ja, ich auch. Und da kommt einer. Ja. Pass auf. Okay, ist down. Mein kill. Oh, es kommen mehrere Rote. Und Grüne kommen auch. Au, 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 au. Wie viel hält der aus? Da ist noch einer. Was zur Hölle? Wie viel hat der denn ausgehalten? Okay. Hä? Ich hab den mindestens sechsmal oder so geschlagen und der hatte keine Rüstung, oder nicht? Hä? Der erste. Okay. Ich merkwürdiger Hacker. Unverwundbar Hack. Ja. Wir müssen jetzt die Roten aus der Mitte vertreiben. Hast du jetzt eigentlich einen Verteidigungsbogen da schon reinlegen? Nein, ich hab jetzt einen Bogen mitgenommen. Weil ich ja... Soll ich den reinlegen? Ja, das wäre schön. Boah. Wie der sich genau im letzten Moment umdreht. Ihr habt mich nicht gehört. Weg mal! Schwierige, festgefahrene Situation hier gerade. Ich hab die Mitte. Ich hab die Mitte. Könnt kommen. Ja, die hätten wir öfter schon. Wobei der Grüne jetzt zu gelb rüber gelaufen ist. Der hat jetzt richtig viel Eisen und Gold, glaub. Ey, ich glaub auf diesen Zwischeninseln ist einfach nichts, oder? Kann sein, ja. Wim? Nein, ich seh da gar nichts. Ne, da stehen, da stehen Tische. Ich bau mich mal experimenterweise hin. Mach mal. Ich snack mir das Gold und geh wieder zurück. Hm, okay. Versuch die Mitte so zu halten. Doch, es gibt ne Eisensparner hier. Okay, ist doch schön. Ich hab 40 Eisen. Werde jetzt runtergetossen werden. So, was soll ich aus den 40 Eisen machen? Traps? Traps, Alter. Ganze Mitte auslegen. Traps for life. Traps for life. Was? Traps for life? Traps for life. Ach, Traps for life. Oh, da steht ein roter mit Bogen bei dir in der Base. Ich hab mir clevererweise Äpfel gekauft. Du weißt nicht, was ich da gemacht hab. Ich weiß es auch nicht. Ja, René kam back. Wir haben neun Gold, okay, nein. Da, vier Gold. Ich bau mich jetzt zum anderen. Ja, du kannst doch eine Endertruhe mitbringen. Das ist mir egal. Musst nur leer machen, immer. Ja, ja. Ups. Ich hol mir mal das andere Eisen hier auch noch. Einfach, was lustig ist. Einfach, was so lustig ist. Hier ist lustig. Gut, ich mach mir jetzt einfach mal einen Bogen, ne? Weil wir haben jetzt genug Gold. Mach mal. Ach, hier. Ich hab das übersehen. Es gibt zwei Eisensparner auf der Insel. Ich habe zweieinhalb Stacks Eisen. Hä? Auf der. Alter, das ist so unglaublich. Wow, wow, hier ist einer. Nein! Ach, das war der Grüne, der bei Gelb war. Da hab ich überhaupt nicht drauf geachtet mehr. Ist egal, wir haben zweieinhalb Stacks Eisen. Ja, trotzdem ist es ärgerlich. Kommt der? Nee, glaub nicht. Was ist denn das für... Alter. Ich packe mal 45 Eisen hier rein. Und kaufe vom Rest Traps. So, zwölf Traps noch. Wo planten wir die? Hier hin? Hier so ein bisschen? Und hier überall? Ähm. Passt. Ich habe sie zwar in den Vorgarten gepflanzt, aber egal. Ich habe immer noch einen Eisensparner, den ich abgrasen kann. Und da drüben sind auch noch zwei, die ich mir holen kann. Er ist eisensüchtig. Wir müssen was dagegen tun. Oh, Mann. Kommt vor. Tatsächlich. Nochmal einen Stack Eisen. Aber der eine schießt auf mich. Ich bin runtergefallen. Mit meinem Stack Eisen. Ja, es gibt es aufs Maul. Jetzt gibt es richtig Stress, Alter. Jetzt gibt es richtig frechen Ärger. Richtig anstrengend, diese Mäden. Aber wir haben bald ein Dings zusammen. Du hast einen Eisenglock. Wir haben schon mehrere Eisenblöcke zusammen. Glaub mir, Blocki. Nein, eine Enderpeller. Achso, okay. Aber jetzt haben wir die Mitte nicht mehr. Das ist ein bisschen problematic. Ja, die holen wir uns einfach. Die holen wir uns jetzt einfach. Liegen die guten Schwerter? Ist er auf der eine grüne kommt, René? Ja. Da ist er. Wow. Cheese, 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 cheese. Ich habe nicht meinen Bogen. Könnt ihr mir einen Weg bauen, dass ich hinterher kann? Ja, warte. Oh, wir haben ihn ein paar Mal getroffen. Ich bin hinter dir, Flo. Okay, ja, schaffen wir. Hab ihn. Komm auch noch. Oder du. Ich habe vier. Kann mir einer noch was zu essen geben kurz? Ja. So, ein Steak reicht, eins reicht schon. Wer steht denn da bei Gelb drüben? Würde mich interessieren. Einer mit Bogen auf jeden Fall. Bei Gelb? Hast du Steaks? Ja, bei Gelb. Wollen wir hin? Grün hat einer gelieft gerade. Ich hätte Schafe, zwei Stück. Ah, er guckt hoch, er guckt hoch. Passt auf. Da kommt ein Roter mit Bogen, pass auf. Nein, 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 ich musste niesen und bin runtergefallen. Ich wusste, ich hätte die Maus loslassen sollen dabei. Oh Mann. Wir können uns eine Enderperle holen. Ich habe auch nochmal vier Gold, so ein bisschen. Ist jetzt nur noch einer grüner an der Base, ne? Bei denen. Weil der andere ist ja bei Gelb. Äh, stimmt. Ich will trotzdem noch Eisen holen. Ich habe einen down bei Grün. Okay. Ich gehe in die Base. Komm auch mal mit. Ich schaffe das, ich schaffe das. Bin allerdings weiter hinten. Aber pass auf, dass der andere nicht so einfach wegballert, ne? Ah, ease. Oh, Spitzel. Ja, ja, krieg ich hin. Okay, sehr gut. Ja. Nice. Nice, Mann. Hatten wir noch irgendwas Schönes hier? Äh, nein. Wir haben keine Kiste gehabt. Aber ihr lag noch ein Goldschweizlevel 2 und eine Steinspitze rum. Nicht schlecht. Äh, willst du einen Bogen? Ich kann nicht... Warte, ich kann mir selbst einen holen. Ich habe genug Gold. Oh, gut, dann könnt ihr. Aber, warte. Hast du schon ausgegeben? Ja, ja. Ich hätte mir natürlich einen stärkeren Bogen holen können. Ach so, okay. Oh, 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 Flo. Ähm, ich hole mir Wopper, oder? Flo, warum sagst du nichts? Hab ihn. Gut. Ich hatte ja alles Gold gerade dabei. Ein roter noch, ein roter noch, ein roter noch. Den krieg ich nicht, den krieg ich nicht, den krieg ich nicht. Ich komm. Ich versuch's. Ich sporte mich. Ich bin auf dem Weg, Flo. Ich bin auf dem Weg. Der Eisenschwert. Der steht da, ne? Oder? Ne, der. Ja, ich krieg ihn nicht kriegen. Ach gut. Dann lass gleich wieder in die Mitte. Und lass zu rot, weil es ist nur noch rot übrig. Und ein grüner noch. Der bei gelb sein dürfte. Nach wie vor. Ich hab'n Enderpeller. Okay. Okay. Oh, er leckt. Ach, fuck. Ich dachte, ich treffe ihn. Jetzt hat er wieder Gold geholt. Ja, ich hab' ihn. Ach, nice. Haben die noch einen Bogen her? Haben sie noch? Ach, kein Ding. Ich schau' mir auch noch mal eine Enderpeller. Oh, der eine grüne kommt, Vorsicht. Oh. Zu uns? Ne. Ne, ne, der Mitte. In der Mitte ist scheiß, ich bin down. Oh, okay. Aber er ist auch... Oh, jetzt... Es ist so ärgerlich teilweise, ne? Ich erklübe mich jetzt nicht mehr. Ich hol mir jetzt eine Spitzhacke. Ja, ich hab' Enderpeller. Ich schaff' mir jetzt. Ist der gerade in der Mitte oder, René, bist du das in der Mitte? Ich spiel' in der Mitte. Und wir müssen nach rechts, oder? Ja. Rechts ist rot. Weil jetzt nur noch ein Spieler ist. Ja, okay, gut. Können Sie theoretisch auf eure Reaktion inzwischen vor Dollars werfen? Ja, das stimmt. Du kannst aber auch einfach auf den Weg gehen. Bin schon hier jetzt. Haben die einen Bogen? Hm. Kaffe! Bin da. Hab' ihn. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Los, 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 los. Ich halte ihn ein bisschen auf. Ja. Oh, 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 oh. Wenn die anderen in der Mitte bleiben sollen, glaube ich. Wegen dem Eingelben noch. Wo ist denn das? Ach, der ist ja gar nicht mehr da. Der ist ja gar nicht mehr da. Gut, ja gut. Dann ist natürlich chillig, Alter. Gigi. 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 Habt ihr gesehen? Ich hab' schon wieder eine Enderperle geworfen und getroffen. Wuuuuh. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Fast so gut wie Analsex. Aber nur fast. Gut. Fühlt sich auch bei ihm so an, wie also bei Analsex hätte. Ja, irgendwie stimmt. Das glaube ich. Glaubst du? Ja, glaube ich, glaube ich. Weiß ich natürlich nicht. Vorher auch. Also. Ja. Ja, liebe Freunde, das war's von dieser wunderschönen Folge Bad Wars. Eine doch eigentlich ganz angenehme Runde auf einer neuen Map. Ähm, wie hieß die gleich noch? Diner war das jetzt, ne? Ich glaube, ja. Diner. Diner. Und, ähm, ja, die nächsten neuen Maps folgen die nächsten Tage. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und vielen Dank für euch, an euch beide, fürs Mitmachen. Schaut doch bei den beiden vorbei. Die sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Dankeschön. Du nicht. Nur René. Okay. Gut. Der Neslu ist jetzt hier durch eine Einblendung verlinkt. Ne, ne. Ähm. Ja, dann vielen Dank. Auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Du machst die Einblendung nicht rein? Mach ich auch nicht. Tschüss.